So, Hallihallo ihr Lieben, wir befinden uns in World of Warcraft Wrath of the Licht King Classic in der Version 3.4.1. Wir sind hier in Nordend in den Grizzly-Hügeln, in Harkors Lager, das ist hier außen und sind beim Harkor, der uns die Quest ohne Fleisch keinen Preis gibt. Harkor in Harkors Lager möchte, dass ihr 10 Stück feinfaseriges Walkfleisch von den streunenden Grauhäulern und 10 Schaufelhornsteaks von den Langhufgrasfressern beschafft. Vielleicht machen wir einfach noch ein weiteres zusammengesetztes, noch längeres Substantiv, damit wir gar nichts mehr aussprechen können. So, Abmarsch zu diesen Tierchens. Fakt, da müssen wir dementsprechend leider auch wegballern. Ja, die können eigentlich, eigentlich sind die ja nicht böse. Die Roten, Rot muss immer weg, aber die Gelben, die haben ja nichts getan, aber gut. Wir können es nicht ändern, wir müssen dann leider auch wieder Tierchens ermorden. Und, ähm, ja, dann gucken wir mal. So, da ist ein Langhufgrasfresser. Scheint ja jeder eins zu droppen. Wäre natürlich super, dann müssen wir, wissen wir zumindest, 20 Mobs. Und dann ist vorbei. Also, 5 von 20 Items haben wir schon. Ja, natürlich eine super Quest, um XP abzubauen, ne, muss man natürlich schon mal sagen. Also, wer jetzt hier noch kein Level 80er hat, der kann hier wunderbar XP abbauen. 20 Mobs. Immer gut. Um diesen Bonus zu verballern. So, dann. Na, jetzt rennt der hier weg. Streunender Grauheuler. Jetzt werden wir noch gejagt von so einem Riesen, ja. Müssen wir jetzt auch noch ausweichen. So, so, so sind sie. So sind sie diese Riesen heutzutage. So, 5 von 10 ist der verpackt, ne. Sah nur so ein bisschen aus. So, wir geben uns mal einen Anregen. Zack. Na, komm. Komm ins Target. So, dann haben wir jetzt 7 von 10 und 6 von 10 von diesen Schaufelhauern Boston Steak. Ne, Schaufelhorn Steak. So nennen die sich. So, das ist natürlich schon ein guter Fortschritt. Dann nehmen wir dich. Ja, das ist natürlich super, wie der jetzt hier lang läuft. Komm, wir nehmen ja nicht lang. So, bewegt dich, bewegt dich, bewegt dich. 3, 2, 1. Meins. So, dann sind hier noch ein paar. Also, das ist ein böser Wolf. Also, dann machen wir den weg. So, dann hier so ein, so ein Grasfresser. Nee, dann laufen wir mal hier zu dem Walk. Ja, da scheint ja, glaube ich, der Riese nicht lang zu laufen. Dann nehmen wir den anderen hier auch gleich noch mit. Dann müssten wir hier, glaube ich, zwei drin haben von diesem Walkfleisch. Und dann brauchen wir nur noch die Schaufelhauer. So, lass uns mal Schaufelhauer suchen. Und da ist einer. Zack. So, und einer fehlt noch. So, da haben wir doch einen. Zack. So, damit haben wir jetzt 10 von 10 und 10 von 10. Wir sind auf dem Rückflug zu dem Harkor. Da sind wir schon wieder. Zack. Und da können wir die Quest ohne Fleisch keinen Preis abgeben. Nach 10 und 10. Fleischen quasi. Und bekommen 15 Gold, 32 Silber. Und damit ist diese Quest auch abgeschlossen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet gerne wieder ein. Lasst gerne Like und Abo da. Schaltet gerne mal auf meinen Twitch-Kanal. Ist verlinkt im YouTube-Kanal. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao.